Ein Ford Transit mit Tageszulassung steht hier zum Verkauf. Drei Personen haben in diesem weißen viertürigen Transporter Platz. Der Transporter verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie Bordcomputer, ESP, Klimaanlage, Wegfahrsperre, Tempomat und vieles mehr. Das Sechsgang-Schaltgetriebe des Diesel überträgt eine Leistung von 101 PS. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 22.440 Euro. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne näher. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.